Für die Leute, die Sie noch nicht kennen, stellen Sie sich mal kurz vor. Mein Name ist Jochen Nagt, ich bin der Landrat des Oberrheinischen Kreises und Leiter der Kreispolizei. Was kann man denn heute zu dem Polizeieinsatz sagen? Hier ist ja richtige Präsenz, also wir haben gezählt über 40 Polizeieinsatzfahrzeuge und zig Leute. Uns wurde nur gesagt, dass erhöhte Gefahrenpotenzial besteht. Was können Sie denn von offizieller Seite dazu sagen? Also unsere Erkenntnis ist, dass sich hier ein Walker-Club trifft und wir sind mit verstärkten Polizeikräften vor Ort, um diese Veranstaltung zu begleiten, dafür zu sorgen, dass die Polizei sichtbar ist, dafür zu sorgen, dass keine Straftaten passieren und auch der Bevölkerung zu signalisieren, dass die Polizei im Oberrheinischen Kreis präsent ist. Können Sie was sagen von offizieller Seite, wie viele Einsatzkräfte vor Ort sind? Wir sind mit ausreichenden Einsatzkräften. Noch irgendwas, was Sie uns sagen möchten, was ich nicht gefragt habe? Das ist eine Veranstaltung, die bisher ruhig abläuft, sicherlich auch wegen unserer Präsenz. Und insofern haben wir der Linie wiederkommen. Ich glaube, dass wir alle alles im Griff haben, um die Lage angemessen zu beantworten.